Jedes Team besteht aus fünf Leuten. Du, ein Russe, ein anderer Russe, ein Russe der Englisch spricht, ein sechs Jahre altes Kind, was mit deiner Mutter geschlafen hat. Wenn ich jedes Mal einen Dollar gekriegt hätte, als mich jemand auf eine andere Sprache angeschrien hatte, hätte ich immer noch kein Geld, weil ich alles für Skins ausgebe. Messer in echt? 10$. Messer in-game? 400$. 10 out of 10. Best game ever. IQ-Tests sollten eine Bedingung sein, um Matchmaking spielen zu können. Ich habe dir das Spiel gekauft und es online gespielt. Zwei Wochen später konnte ich fließend Russisch. Hab eine 1 plus in meiner Russisch-Klausur. Wie man ein teures Messer kriegt. Schritt 1. Du wirst es nicht. How to CS Go. 1. Cases kaufen. 2. Schlüssel kaufen. 3. Cases aufmachen. 4. Alleine heulen, weil du dein gesamtes Geld verloren hast. Ich habe dir das Spiel einmal beigebracht, wie man rassistisch ist. Super um Russisch zu lernen. Games-Methode, um legal dein Geld zu klauen. 10 von 10 würde nochmal 130€ für Keys ausgeben, um erneut die Erfahrung zu erleben, 20 Gel-Deal-Sandstorms zu kriegen. 3 Cent plus 2,50€. Gleich 3 Cent. Bezahlen sie nicht hunderte Euro, um ihre Kinder in Sprachschulen zu stecken. Bezahlen sie einfach 12€ und ihr Sohn wird jede erdenkliche Sprache in diesem Spiel lernen. Alle Features von Hello Kitty online geklaut. 4 von 20. Volkswagen. Hat mir das Spiel für die Story gekauft. 10 von 10.